Und nun der letzte Vorkampf bei der ersten Runde der hessischen Mannschaftsmeisterschaft in der roten Ecke für den TUS Steinbach Reza Yamchiti und er trifft auch Bilyala Schiesat von der CSC Frankfurt. Wir wünschen euch viel Spaß und vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Euer Team von Partner der Vereine. Wir wünschen euch viel Spaß und wir wünschen euch viel Spaß und wir wünschen euch viel Spaß. Wir wünschen euch viel Spaß und wir wünschen euch viel Spaß. Auf 1-2-3-4-5-6-7-8-5-6-7-8-5-7-8-5-7-7-8-0-0-0-0. Und hier das Urteil. Siegert euch gerne 10.01. Der Kämpfer aus der Blaubecke. Vielen Dank.